Schatz, 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 ich habe eine Frage an dich. Was machst du da schon wieder? Ich gucke nach einer Handtasche, Schatz. Okay, dann spielen wir jetzt ein Spiel und vielleicht hast du ja Glück. Gibst du nach einer Handtasche? Sag einfach links oder rechts. Okay, rechts. Links. Was denn jetzt? Links. Verunsichere mich nicht immer so. Links. Punkt. Links. Ganz sicher, 100%. Links. Okay, du hast gewonnen. Ich kann mir eine Handtasche holen, Schatz. Ich bestelle dir die jetzt. Oh mein Gott, pass auf.